Ich habe gestartet Non-Verbal-Hypnose in der Welt. Ich denke, dass jede Person sollte mit Hypnose arbeiten, weil Hypnose ist wie eine Lebensphilosophie und in dieser Lebensphilosophie, sie sollen mit ihrem Stiftung selbst Verbindung machen und sie sollen auch die Präsenz sich selbst, das nicht-verbale Selbst fühlen. Ich denke, dass jeder Hypnose sollte diese Technik lernen, weil in dieser Weise sie können auch in der Fernung arbeiten und wir haben viele Weisen gefunden, um auch viele nicht-verbale Systeme mit Zoom zu verarbeiten. Wir können sagen, dass alle diese Methoden helfen können und sie können in verschiedene Direktionen gehen. Zum Beispiel gehen wir mit dem Passen, wir können sehr sehr in der Tiefe gehen. Wenn wir benutzen Töne, wir können andere Energie erwecken. Wir haben eine spezifische Lehre in unserer Schule von Tönen, Sie können unsere Videos sehen. In meinem Kanal sind Elemente, die Sie in keinem anderen Ort finden können. Ich habe viele Forschungen gemacht. Bitte unterschreiben, um neue Videos zu haben.